herzlich willkommen liebe zuschauer zum trading tipp den dem letzten in dieser handelswoche equinor ist dieses mal unser basiswert aus norwegen das unternehmen hatte einen sehr guten lauf seit anfang juni ende mai ging es von 24 euro umgerechnet wie gesagt die heimatwertung ist norwegische kron auf knapp 32 euro in kronen hätten wir da zuletzt ein doppeltop gesehen dann ging es nach unten und wir sehen jetzt dass die aktie auf einer wichtigen unterstützungszone angekommen ist im bereich 28 29 euro 28 da fehlt noch ein bisschen bis zum bis zur 200 tagelinie aber das eignet sich natürlich auch sehr gut für ein trading setup weil man den stoppkurs leicht darunter setzen kann das sind um die vier prozent die wir puffer nach unten haben auf der anderen seite ist mit den beiden ausbruchs marken hier im bereich 29 euro und der 50 tage linie ja sind ist es doch ein sehr starker unterstützungsbereich der halten könnte und dann ist natürlich die 30 euro marke das nächste ziel hier mal der übergeordnete blick mit dem kaufsignal vor ein paar wochen gab es ein so genanntes golden cross klar das wurde im moment wieder negiert aber wir sind jetzt eben dran an dieser 50 tage linie in verbindung mit diesem verlaufs hoch und das könnte dazu führen dass wir zunächst mal hier so bis 32 und dann im weiteren verlauf bis 35 euro laufen können das sind fünf euro oder um die 16 17 prozent die wir hier luft nach oben haben und deswegen auch die entscheidung für ein faktor long zertifikat die mb7 kj 3 ist die wkn unseres partners morgen stanley aktueller kurs 11 auf euro 30 der faktor ist eben wieder bei drei wenn ich sage vier prozent luft nach unten dann würde ich hier mal 15 prozent puffer geben das sind dann um die 9 euro 60 wo wir den stop platzieren ja und nach oben ist da eben der bereich um die 16 17 euro möglich auf sicht der nächsten wochen gestern hatten wir einen schein auf infinien die aktie zunächst gut gelaufen dann gab es gewinn mitnahmen heute morgen geht es wieder leicht nach oben wichtig wäre natürlich dass wir hier die 32 verteidigen dann wäre der gd 200 das nächste ziel knapp oberhalb von 34 bevor wir dann in dieses gap hier hinein laufen zwischen 35 50 und knapp 38 euro das scheint etwas im minus aber das sind drei prozent sprich wenn die aktie ein prozent macht sind wir da gleich wieder auf einstand den würde ich auf jeden fall mal noch behalten und den stoppkurs halt einfach beachten das war schon wieder ich wünsche ihnen gute kurse ein schönes wochenende und am montag geht es weiter mit den nächsten trading tipps und tipp der woche bis dahin machen sie es gut